So, und da geht es auch schon weiter. Falsche Taste. Komm weg damit. So, ja. Ich denke mal, ich muss da rüber. Was hat der denn hier? Do you need help, Mr. Wayne? Weiß ich noch nicht. Ach, ich hätte da... Ja, ich hab's gesehen. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt hab ich es hier sehen. Hier ist es. Schauen Sie die Fotografie. Es wird nicht schwer, zu erkennen den Sonnen der Rat. Aber beachter mit den anderen Menschen. Die Leben sind nur so gefährlich als die Möte. Es wird nicht mehr so gefährlich als die Möte. Sie beschreiben die Bombings, die die Stadt am Anfang der Epidemie verletzen haben. Zu Beginn der Epidemie. Okay, da oben an die Leiter dran. Na komm. Hier können wir das Wasser abdrehen. Und damit können wir runter. Ja, komm. Ja, komm. Ab, du. Ja, komm, hol mich. Okay. Das sieht mir aus, als wenn da Auslöser sind. Auf dem Boden. Okay, warte mal hier. Wo muss ich hin? Wo muss ich dran? Was kann ich tun? Auf jeden Fall soll man nicht runterfallen. Ich denke mal, dass das richtig war. Look around and see how that happened. Was lacht der immer so? Das hab ich gesehen. Etwas blockiert die Maschine. Okay. Und nicht die Soldaten. Die neue Verordnung. Ich habe gesagt, wenn die Zeit verändern, die Menschen müssen verändern. Wir alle machen Entscheidungen, Mr. Wayne. In Chaos, einige wählen, die sich die beste Seite zeigen. Die anderen, die Schmerzen. Du musst hurry. Ich schade für die Sicherheit von meinem Sohn. Und diejenigen, die du auch interessieren. nein oh mein gott sich verarschen geht doch ich will wissen was da ist hey hallo hoch hoch springen dann war das dahin hoch hoch da auch ja und dann ist das sowas weißt du bohr Das war knapp. Okay, zurück komme ich auf jeden Fall nicht mehr. Boah, da kann der auf einmal so einen 100 Meter Sprung machen. Ja, Wasser abdrehen und da unten reinlaufen, das habe ich schon gesehen. Das war ja auch eigentlich mein ursprünglicher Plan. Wasser abdrehen. Ja, Dreh ab. Hier, da draus holen und dann da die Leiter holen. Checkt. Ah, okay, alles klar. Also bis hierhin werde ich ja wohl springen können. Die Kiste müsste jetzt auch mit hoch gehen. Ey, eben kann der von da da rüberspringen, ne? Aber diesen Sprung schafft der Vollhorst nicht, oder wat? Mein Gott, ey. Ja, jetzt schafft er das wieder. Boah, ich hasse das Ding hier. Die Figur macht mich langsam irre. So. Jetzt dreh das Wasser auf hier. Und da ist schon... Oh, Mann, ey. Das darf nicht wahr sein hier. Jetzt mach, du Freak, ey. Ja, boah, am Lauf gegen die Kiste. Bist du jetzt wach, Junge? Alles klar. Guck, die Kiste halt hierhin. Geht doch. Danke, Junge. Ähm... Also. Ich weiß, ich muss da rüber, aber hier ist was. Okay. Da machst du nix. Das ist doch ein Witz. Ey, gibt es eigentlich mal ein Part, ohne dass ich abnippel? Och, ne, Leute. Komm, ey. Komm, ey. Mach hin hier. Jetzt nimmt die verkackte Kiste mit. Jetzt fängt das schon wieder Sprinte doch. Ach, du, ne, genau. Beliebige Taste drücken. Dein Vater drücke ich gleich, Junge. Und schon wieder, weißt du, da waren wir da oben und der Spacken, der kann sich nicht festhalten, ey. Jetzt nimm die Kiste, du Affe, ey. Okay, aber jetzt schon. Und jetzt springt der zu weit. Also ganz ehrlich, langsam regt mich das auf. Zwölf Minuten und wir haben nicht viel geschafft. Ja, jetzt dreh ab hier. Da, bis dahin kann der, also bis zu dem da. Ach, komm, ja. Also, die Kiste kommt genau vor das schwarze Ding in mir. Das war genau hier. Ah. Das ist okay. So, und jetzt probieren wir das nämlich nochmal aus. Ach, so nicht. Komm, mein Freund. Das schafft der nicht. Ja, jetzt springt der wieder zu weit. Boah, wie ich dieses Mistvieh hasse, ey. Ja, jetzt müsste das aber gehen. Das hatten wir ja schon. Alles klar. Ich muss da irgendwie, aber... Boah, jetzt schafft der das. Irgendwas sagt mir doch, dass ich damit irgendwas machen muss. Warte mal, komm, komm ich hier hoch? Nein. Okay, hab ich hier irgendwas übersehen. Ah, ich verstehe. Boah. 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 Das ist ein Witz. Wieso kommt der da nicht dran? Komm, erleck mich doch am Arsch, du Mistgeburt, Junge. Ja, wenigstens von hier jetzt, ey. Der kommt nicht an die Leiter. Ja, das ist mir jetzt egal. Haben wir jetzt schon zweimal gehabt. Aber wenigstens muss ich mal das von unten nicht nochmal neu machen. Ich kann das auch nicht anschießen oder so. Aber irgendwie... Ach so. Auch nicht. Und da hochkomm ich nicht. Ja, wir müssen... Warte mal. Auch nicht. Der kommt nicht an die Leiter. Da kommt der dran. Ich hab auch keine andere Waffe außer die... Die kann ich auch nicht abschießen. Naja, wir wissen ja, dat wär... Oh man, oh man, dat wird ne lange Folge, hab ich dat Gefühl. Auch nix. Auch nix. Von hier an Lauf geht nicht, oder? Ne. Ja, darum zeigt er mir doch da irgendwas Blaues an. Ja, ich komm' auf jeden Fall nicht an da drüber oben dran. Ja, das heißt, ich muss ja von hier an Lauf nehmen. Aber der kommt nicht da hoch. Der kommt da einfach nicht dran. Oder ich probier mal was anderes aus. Da kommt die... Dieser gute Herr nicht dran. Muss aber eigentlich. Weil... Wir haben hier nix. Außer die Leiter. Die führt dann da hoch. Und halt dieses Rohr. Oder haben wir hier unten irgendwas, was wir anschießen können? Ne. Na, probieren wir's nochmal. Na, fast. Da war, ne, da war nix. Da war auch nix. Hier war auch nix mehr. Okay. Da kommt der einfach nicht dran. Oder, ah, warte mal. Es gibt doch hier diesen... Aha! Ja, stimmt. Der ist mir jetzt jetzt eingefallen, dieser komische Doppelsprung. Na, kommt schon. Komm. Ast rein. Oh, das geht auch noch auf Zeit. Ja, leckst nieder. Hallo? Komm, jetzt fall nochmal um. Für was drücke ich die Leertaste, wenn der sowieso nicht springt? Also, ganz ehrlich, ne? Und jetzt wieder von wo? Natürlich. Natürlich. Ja, komm. Ja, komm. Kommen wir auch mal raus hier aus diesem Scheiß. Oh, wir können ja schwimmen. Was gibt's hier? Ach so, etwas blockiert. Ja, okay. Das haben wir gleich. Noch irgendwas fest. Ah, tolle Wurst. Ich kann's gehen. Ich kann's gehen. Follow this path going up. Up to the old subway station. Wenn du zu der outside hast, schau dir das Haus in der Bäume. Find mein Sonne bevor die Leute machen. Klar, jetzt funktioniert das auch hier. Na logisch. Spring doch! Komm! Okay, kann ich nicht. Komm, geht mir nicht auf die Nudel hier. Komm, geh weg! Du auch! Boah, wie soll das denn gehen, bitte? Komm! Nein! Nein! Verpiss dich! Geh weg, du stinkst! Boah, was war knapp hier! Ja, okay, liebe Freunde, ob wir das Haus in der nächsten Folge sehen, das schöne Baumhaus, das erfahren wir im nächsten Teil, vielen Dank fürs Zusehen, bis dann, tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö